Oh Leute, was geht? Seht ihr hier ganz unten, da über dem orangenen Balken, das Auerhuhn, welches da lang läuft? Bruder, ich sitze gefühlt eine Stunde vor meinem Computer, ich versuche den sauber zu machen, Bro. Das ist einfach ein Auerhuhn. Die Kürbisse im Vordergrund erscheinen Halloween Skin drauf, da müsst ihr auf jeden Fall zuschlagen, das ist aber natürlich nicht alles. Guckt euch mal die neuen Waffenlackierungen an, also das sind wirklich Lackierungen, wo ich mir denke, boah, die feiert der Magic. Der Magic ist eher so ein bisschen der Giftgrüne, was heißt Giftgrüne, eher so der knackig farbenliebende Waffen-Skin-Typ. Und wenn wir uns das Ganze mal hier bei der Orson angucken, das ist ein alter Skin, sieht auch schon ganz okay aus. Wir warten, bis Fetch geladen hat. Perfekto. So Leute, erster neuer Skin, guckt euch das an. So ein bisschen im, äh, auf Painted getupfelter Mod. Getupfelter Mod. Mod Skin, was wabbel ich. Auf jeden Fall finde ich sehr, sehr schön. Hier mit Blau, mit Rot, ähm, und Schwarz vermischt wie ein Kunstwerk von Van Gogh. Ähm, das ist auch neu. Aha, hier haben wir so kleine, so kleine Geister. Wenn der eine, wenn der ein oder andere irgendwie, äh, vor denen Angst hat, macht den lieber nicht drauf. Und hier auch den Skin für, für die Waffe. Die haben wir auf dem Zelt drauf, wisst ihr, was ich meine? Aber das ist natürlich noch nicht alles, meine Damen und Herren. Wir gehen weiter zu diesem Waffen-Skin. Schaut euch das mal an. Boah. Also das, das sieht wirklich nice aus, finde ich. Auch hier mit Totenköpfen. Aber das war natürlich auch noch nicht alles. Äh, wir kommen zum, ja, Halloween-Kamo-Wald. Unten steht immer aus der Halloween-Sammlung. Und gleich sage ich euch natürlich, was ihr dafür tun müsst. Und hier auch nochmal das Spinn-Netz. Ui, yo. Spinn-Netz, äh, finde ich. Also wirklich, die meisten, fast alle gefallen mir. Fast alle gefallen mir sehr. Das ist auch aus dem Halloween. Ja. Schauerwald. Aha, Schauerwald. Finde ich, sieht, sieht auch fresh aus. Sieht, sieht auch gut aus. Kam noch irgendwas dazu? Hier unten, nein, nein. Das waren ja alles Gratis-Sachen, wisst ihr? Mets for Tiger-Kamo. Also, habt ihr gesehen, Leute? Äh, gefällt mir sehr. Habe ich irgendein, irgendeins noch irgendwie übersehen? Aber ich glaube nicht. Das sollten alle gewesen sein. Ja, also es ist auf jeden Fall gratis. Ich erkläre euch gleich, äh, wie ihr das Ganze bekommen könnt. Und was es noch so gibt. Äh, ich hätte mir halt gewünscht, dass es halt so ein kleines, dass es mal so, dass es so kleine Events mal gibt. Also, ich sehne mich ja immer nach irgendwie so einem, so einem kleinen Bigfoot-Event. Oder, äh, finde das Geister-Reh in Hirschfelden. Oder den Werwolf in Yukon Valley. Ähm, oder wenn der Himmel so ein bisschen grün wäre oder so. Mh, aber, äh, ist halt so, wie es ist. Wisst ihr, gibt's nicht, ist nicht. Ähm, aber trotzdem. Skins kann man sich gratis abholen. Und dafür habt ihr entspannte, das können wir mal hier gerade unter Jagd-Club, nein, Jagd-Club auf, nicht Jagd-Club. Ähm, unter Jagd-Club können wir mal gucken. Ähm, Halloween-Kosmetik-Pack hier laut noch, äh, 10 Tage, 22 Stunden, 17 Minuten. Könnt ihr euch da abholen. Erstelle ein Avalanche Apex-Konto Connect. Das geht eigentlich, das geht schnell, Leute. Das geht, äh, sehr schnell. Und dann geht ihr, ähm, unter, äh, wo war's? Jagd-Club-Beta? Nein. Dann geht hier unten unter System auf Avalanche Apex Connect. Und dann muss halt Jagd-Club-Beta aktiviert sein. Und, äh, angemeldeter Apex-Connect-Konto. Aber wie gesagt, dann gebt ihr einfach ein Avalanche Apex Connect oder so. Dann macht ihr euch, ähm, das geht ja schnell. Und dann bekommt ihr die. Auch, wie gesagt, auf jeden Fall ganz nett, Leute. Äh, ich hätte mir aber trotzdem, wie gesagt, irgendwie so ein kleines Event gewünscht. Ähm, dass irgendwie der Himmel, der Himmel grün ist. Oder es blitzt und donnert. Aber kann man nix machen. Also, ich hoffe, die kleine Info hat euch gefallen. Holt euch das ab, dann habt ihr es. Wenn ihr es nicht macht, dann verfällt das halt. Und, äh, ihr bekommt es nicht. Aber wenn ihr es habt, dann habt ihr es halt für immer bis hier. Das war euer Magic. Wenn euch die Info gefallen hat, gerne ein Like. Äh, bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.